OpenOffice den Text drehen. Ich markiere den Text, gehe zum Startpunkt, klicke mit der linken Maustaste, behalte den Klick bei, ziehe zum Endpunkt, lasse die Maustaste wieder los, klicke auf das Menü Format, dann auf Zeichen, wähle den Reiter Position und klicke auf zum Beispiel 90 Grad. Unter Rotationsskalierung abschließend klicke ich auf den Button OK. Oder ich markiere den Text, drücke gleichzeitig die Tasten Alt und F, um das Menü Format zu wählen, drücke dann die Taste C, gehe zum Reiter Position und drücke zum Beispiel 9, um 90 Grad auszuwählen. Abschließend drücke ich die Taste Enter.